Ich habe gelernt, Leben sprießt, fließt, bewegt sich. Ich wurde aus dem Inneren der Erde geboren, Kind aus dem Saft eines Baumes, eine Mischung aus Natur und Chemie. Ich bin der Reifen. Ich habe gelernt, dass sich das Leben immer weiter dreht, es hört nie auf. Auf meiner Reise dachte ich immer, das Wichtigste sei das Ziel zu erreichen. Sich vorwärts zu bewegen, Menschen zu transportieren, ihre Träume, ihre Leidenschaften, das Kinderlachen, bereit zu triumphieren im Wettlauf mit der Zeit, der Wunsch zurückzukehren und so, rollend und rollend, habe ich das Ende meiner Nutzungsdauer erreicht. Ich hörte auf, mich zu drehen. Aber etwas passierte. Dieser Mann mit seiner innovativen und umweltfreundlichen Technologie gab mir eine neue Möglichkeit. Ich kann weiterhin nützlich sein in meiner natürlichen Gesamtheit. Gemacht, um zu widerstehen und lange zu leben. Jetzt bin ich unzerstörbar. Ich habe gelernt, dass das Leben eine Reise ist, die nie endet. Und dass das wirklich Wichtige weder das Wollen ist, noch das Ziel, nicht einmal der Weg. Wichtig ist, was in uns steckt. Und ich habe gelernt, das Leben zu spüren. Denn das Leben ist eine Reise, die nie endet. Aber in uns steckt, das Leben vergleichbar. Vielen Dank.